Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, die Sabine Schneider hat gerade angerufen. Die braucht noch einen Gag zum Freitag dem 13. Ja, da kommt sie wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Was ein Pech aber auch. Aber ich hab schon einen. Im Grunde feiern wir ja eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie in Freitag den 13. rein. Oh, der ist schön, Boris. Echt schön. Okay, ich hab aber auch noch einen. Pass mal auf. Ich bin hier abergläubisch. Frag mich mal warum. Warum? Aberglaube bringt Unglück. Hui. Was ein Brett. Richtig gut. Ja. Aber jetzt hab ich ihn. Okay. Das einzige Pech am Freitag den 13. ist ja, dass am 16. schon wieder Montag ist. Den find ich aber auch schön. Ja, komm, muss auch reichen für heut. Mach mal Schluss mit lustig. Wenn er ihr nicht gefällt, hat er Pech gehabt. Genau. Männlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. überstet-one. Ja. Ich bin da.